Fünf Finger sind eine Hand. Es ist ein hartes, regelmäßiges Hämmern, das wir schon aus der Ferne hören können. Das Geräusch von Metall, das ein anderes Metall immer tiefer und tiefer in den Boden treibt. Zonk! 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 schallt es über die hügelige Landschaft. Was dahinter steckt, können wir erst glauben, als wir sie mit eigenen Augen sehen. Hunderte, ja tausende Menschen mit schweren Hämmern in der Hand und kleinen Muss-so-Seins auf ihren Schultern. In gruseligem Einklang schlagen sie Pfosten in die Erde und errichten so einen Zaun, der weiter reicht, als man mit freiem Auge sehen kann. Den Takt dazu geben die kleinen Muss-so-Seins auf ihren Schultern vor. Das Boot ist voll, es muss so sein. Das Boot ist voll, es muss so sein. Das Boot ist voll, es muss so sein. Flüstern sie den Menschen bei jedem Schlag immer und immer wieder ins Ohr. Je öfter sie dieses Kommando hören, desto klarer erscheint es ihnen. Dieser Zaun ist die Garantie dafür, ein sicheres Leben in Freiheit genießen zu können. Sie sind so überzeugt davon, dass sie gar nicht bemerken, wie sehr sie sich mit diesem Zaun vor allem selbst einsperren. Wir sind verzweifelt. Der Zaun ist viel zu hoch, um drüber zu klettern und viel zu weit, um rundherum zu gehen. Ein paar von uns versuchen, den Zaun umzuwerfen, doch er bewegt sich keinen Millimeter. Wahrscheinlich müssten wir aufgeben und umkehren, würden wir nicht gerade in diesem Moment die Hand kennenlernen. Ein kräftiger Kerl mit Schnurrbart im Gesicht und Gewichten in der Hand, der plötzlich einfach da ist und anpackt. Er weiß genau, was zu tun ist. Er sucht den Anfang des Drahts, aus dem der Zaun geflochten ist, und zieht an. Natürlich zeigt sich der Zaun davon völlig unbeeindruckt. Wir sehen der Hand zu und wissen nicht so recht, was passiert. Er zieht und zieht, doch der Zaun bewegt sich nicht ein klitzekleines Stückchen. Doch er gibt nicht auf. Plötzlich löst sich die erste Masche des Zauns mit einem leisen Pling. Mit einem Mal ist uns klar, wir können das schaffen. Wir sprengen ihn zur Seite und ziehen nun gemeinsam an. Pling, Pling, Pling. Die Maschen, eine nach der anderen, geben nach. Der Zaun wird immer wackeliger, bis er mit einem großen Rums umstürzt und in sich zusammenfällt. Jubelstürme, Freudenschreie, Siegestänze, wir haben es tatsächlich geschafft. Gemeinsam sind wir stärker, als wir jemals gedacht haben. Als wir uns umdrehen, sehen wir die kleinen Musso seins nur noch von hinten in der Ferne. Sie laufen davon, so schnell sie ihre kleinen Treppelfüße tragen. Die Menschen mit den Hämmern lassen sie dabei augenreibend zurück. Die sehen sich verdutzt um. Man merkt ihnen an, dass sie kaum glauben können, wozu sie von den Monstergehilfen verleitet und angestiftet worden sind. Sie blicken fassungslos auf die Zaunreste. Manche weinen. Wir trösten sie und nehmen sie mit auf unseren weiteren Weg. Denn wir wissen, dass vor uns noch viele Herausforderungen liegen, die wir nur dann meistern können, wenn wir alle zusammenhelfen. Manche weinen. 서버el. Untertitelung des ZDF, 2020